Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Sucht und Ordnung. Heute habe ich wieder einen Videoschnipsel aus der aktuellen Episode für euch. Der liebe Hagü ist zu Gast und wir sprechen über den Überkompensationsmechanismus Fantasy Games. Denn überkompensatives Verhalten muss natürlich nicht immer etwas mit Stoffen, mit psychotropen Substanzen zu tun haben. Kann, aber trotzdem genauso nach hinten losgehen. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und kommentiert im Anschluss an das Video gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr unten in den Kommentaren einen Link zu Paypal. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen, aber denkt dran, alles kann, nichts muss. Jetzt erstmal viel Spaß. Und du hast dann gefragt, wie ich das kompensiert habe. Und interessanterweise habe ich mir diese Frage nie gestellt. Die hast du jetzt erst so richtig in die Rollen gebracht. Mit einer für mich schon fast therapeutischen Erkenntnis. Ich bin sehr gespannt. Du hast halt immer gefragt, wie ich kompensiert habe. Wie habe ich kompensiert? Wie habe ich kompensiert? Weil du wusstest, ich nehme keine Drogen, ich trinke wenig Alkohol. Bin auch nicht spielsüchtig, kaufsüchtig, sonst was. Gut, mal 10 Euro beim Pokern verzockt oder so. Ja, passiert schon mal. Ja, aber was war eines meiner großen Leidenschaften? Das war über viele, viele Jahre dieses Rollenspiel im Pen & Paper und Tabletop-Bereich. Das heißt, Dungeons & Dragons, Schwarze Auges, wird den meisten Leuten vielleicht was sagen. Bisschen zum Live-Rollenspiel. Ich denke, ich habe mich da in eine andere Realität, in eine andere Person geflüchtet. In eine Welt, die ich kontrollieren konnte. Und das wollte ich an dem Tag auch hören. Ich habe mir das gedacht, wie enthusiastisch du da warst. Da dachte ich mir, okay, was für mich vielleicht das Kokain war, das war für dich vielleicht das Rollenspiel. Und wir reden jetzt hier von Fantasy-Rollenspielen, nicht irgendwie in Saunaclubs oder sowas. Nein, 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 nein. Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. In eine Person. Bist du eine Person in dieser Welt oder bist du da mehrere Personen? Also ich habe damals in diesem Pen & Paper, da habe ich wirklich über sehr lange Zeit, ich glaube 11, 12 Jahre, habe ich dieselbe Figur gespielt. Und im Live-Rollenspiel, was ich jetzt auch schon 16 Jahre mache, bin ich seit 16 Jahren auch dieselbe Person, derselbe Spieler, derselbe Charakter. Und zwar da spiele ich Kularax, den reisenden Erzähler. Und bin halt dann nicht nur Plotjäger, sondern abends am Lagerfeuer liefere ich mir dann mit dem Barton immer die Battles. Also er erzählt, er singt und spielt natürlich oder verführt dann ja auch so komplette Stücke, während ich dann nur, in Anführungsstrichen, erzähle. Ich habe mir ganz viele Märchen und Gedichte für Erwachsene rausgesucht und auch einige selbst geschrieben. Und dann ist dann abends, wer kriegt mehr Applaus? Wir machen also dann abends die Show-Acts. Wir sind dann die Interhalter. Da geht es dann, also klingt es wie ein Battle. Ja, manchmal schon. Aber in Freundschichten, aber klar. Ja, ja, klar. Ach, geil. Und die Leute warten auch nach dem Essen am Lagerfeuer schon drauf. Ey, Kularax, noch eine Geschichte. Oder Klipp-Klapp, komm, noch ein Lied. Weißt du, wie hat denn das für dich angefangen mit den, also ich weiß, dass da jetzt Leute sitzen und sagen, naja, gut, heute geht es hier nicht um Stoff und so. Also, aber ihr wisst alle, ich bin ein großer Freund davon, auf die Ursachen zu schauen. Und die Ursachen für gefährliche Gebrauchsmuster, für Missbrauch, egal wovon, da muss man halt hingucken. Und aus dem Grund würde ich gerne mit dir hingucken, wie bist du, wie bist du in dieses Fantasy-Gaming gekommen? Und was hat es dir gegeben am Anfang? Also, gekommen ist schon ewig her. Ich hab, ich glaub, meine erste Fantasy-Runde haben wir vor 34 Jahren gespielt, direkt nach dem Abitur. Diese Spiele-Runde? Ja, damals mit dem schwarzen Auge angefangen. Aber ist ja im Endeffekt Überbegriff Dungeons & Dragons. Da kann jeder was mit anfangen. Und da hab ich vor 34 Jahren mit angefangen. Und diese Spiele-Runde besteht immer noch. Also, wir sind immer noch mit drei, vier Jungs damals vom Abitur, die immer noch regelmäßig zocken. Aber das war halt einfach, ja, Fantasy. Ich hab halt Herr der Ringe gelesen. Ich war Fantasy-Fan. Damals auch so Sachen wie Dragonheart und sowas, die Filme. Oder Excalibur, das war alles toll. Ähm, aber wirklich so richtig angefangen hat's natürlich, als es dann so, 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 mit dem Vertrieb auch richtig eng und Druck wurde. So Anfang der 2000er. Ähm, und da hab ich dann auch so langsame Richtung dieses Fantasy-Rollenspiels live rüber gewechselt. Ähm, was ich dann auch wirklich viel fünfmal im Jahr so ein ganzes Wochenende. Oder wenn dann noch irgendwie so ein Feiertag wie Christi Himmelfahrt dabei war, dann waren einfach mal schnell vier, fünf Tage. Und, ähm, das, wie man sich das so vorstellen kann. Also, man, es gibt verschiedene Settings. Es gibt Mittelalter, es gibt Steampunk, es gibt Science-Fiction. Aber ich hab halt in so einem Mittelalter-Setting gespielt. Und man sucht sich eine Rolle aus. Man kleidet sich entsprechend in eine Gewandung. Nicht in ein Kostüm. Ja, das mögen die nicht, wenn man das so sagt. Ähm, und spielt eine Rolle und ist dann auch mit dem Spielbegriff In-Time. Man ist also in der Zeit, die man gerade spielt. Und das reale Leben ist Out-Time. Das gehört da nicht hin. Da redet sich auch keiner mehr dann mit einem normalen Namen an. Und im Spiel sagt auch keiner, hast du gestern den Tatort gesehen. Das gibt's da alles dann nicht. Es gibt, klar, es gibt ja keinen Fernseher. Ja. Ähm, und weißt du noch, als du angefangen hast, was, also, was das mit, also, die Faszination war ja da für Fantasy. Ähm, und dann bist du auf einmal selbst Teil eines solchen Szenarios. Ähm, was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht? Ich bin erst mal mit voller Widerwillen eigentlich da hingefahren, ähm, weil ich hab jemanden begleitet, der hatte eine Karte übrig für so ein Event. Und er sagte, komm doch mal mit nicht, so, was soll ich da da laufen, nur bitte kloppte rum und so. Ich hab das halt gar nicht so, ähm, realisiert für mich, ob mir das überhaupt Spaß macht. Und dann so, was machst du denn, was machst du denn, ja, quatschen kannst du gut, äh, suchst dir mal ein paar Märchen raus für Erwachsene. Dann hatte ich so ein Märchenbuch und wachst du noch zu Hause, hab vier, fünf Dinger mir über ein paar Tage so reingezogen und halbwegs auswendig gelernt. Äh, einfach einen Umhang umgeworfen und, und los, nach dem Motto Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Das Irre war halt, auf einmal hörte man mir zu. Auf einmal bekam ich Applaus. Auf einmal, das erste Event, was ich machte, war auch direkt ein Riesenevent mit 600 Beteiligten, also so eine ganze Stadt praktisch simuliert. Und dann, dann sitzt du dann abends beim Lagerfeuer und dann kommen da so ein paar Leute in schwerer Kettenuniform daher und seid ihr der Erzähler? Wer will das wissen? Ja, unser, äh, Hauptpaladin hätte euch gerne, äh, zum Vortrag geladen ins blau-weiße Zelt. Ja, da bin ich dann auch ein, zwei Stunden später hin und dann kommt man ins Zelt und das war kein Zelt mehr, das war eine halbe Halle, ich glaub irgendwie so, so vier mal acht Meter oder sowas. Und da sitzen dann wirklich zehn, zwölf Männer in unserem Alter in Vollplattenrüstung, Vollkettenrüstung und, ähm, warten auf mich, der das noch nie gemacht hat, zum allerersten Mal. Und hinten ist sogar so ein Thron, wo der Hauptpaladin sitzt und so, ah, seid ihr der Erzähler, kommt rein, ne? Da geht einem schon mal die Düse erstmal. Ja, Adrenalin, glaub ich, geht da. Ja, das ist doch erstmal, äh, Aufregung, Adrenalin, äh, was passiert jetzt, auch, äh, wenn da so acht, neun Leute in, in voller Witterrüstung sitzen, das schafft auch Eindruck, halt nur von der Optik, wenn ich ja nur in so normalem Gewand war. Ja, und dann hab ich da angefangen zu erzählen und ich hab so eine Lieblingsgeschichte, das ist, ähm, aus dem Buch Stein und Flöte von Hans Bemmann, äh, ein, ein Autor aus Bonn, leider verstorben. Der hat einen riesen, dicken Märchenroman geschrieben über einen Märchenerzähler. Es ist eine Geschichte in einer Geschichte. Und der hat dann da drin, mittendrin, die Geschichte vom traurigen König. Und die erzähle ich heute noch mit Leib und Seele und gerne. Und je nachdem, wie ich die ausführe, dauert die so acht Minuten bis zwölf Minuten. Wenn ich es richtig ausformuliere und mir noch ein paar Sachen ausdenke, auch eine Viertelstunde. Ja, dann bin ich da fertig und es ist fast Mitternacht und beende meine Geschichte und warte, was passiert. Und dann steht dieser Hauptpaladin auf und fängt an zu applaudieren, wird immer stärker. In seiner Rüstung ist Shetward, sagt, gebt ihm Gold, gebt ihm mit, gebt ihm, was er möchte. Fantastisch. Und auf einmal applaudieren dir so zehn Leute in Vollplatte. Das war schon überwältigend in irgendeiner Art und Weise. Da hat mir jemand zugehört und er fand das, was ich tue, toll. Und das war dann irgendwie von Samstag auf Sonntag. Sonntag war dann auch Ausklang und irgendwann haben wir auch alle abgebaut. Das heißt, alle Leute waren wieder zivil. Und durch Zufall habe ich diesen Typen noch auf dem Platz irgendwie getroffen. Ich meine, bei 600 Leuten war das echt Zufall. Und dann habe ich ihn gefragt, was war das gestern Abend? Was habe ich gemacht, dass du mir so einen Applaus gebracht hast, dass du mich mit Met und Gold überhäufen wolltest? Was war es? Er sagte, das war so easy. Es war kurz zum Schlafen gehen. Und das letzte Mal, dass ich eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt bekommen habe, ich glaube, da war ich neun. Und ich habe mich gestern Abend wie neun gefühlt und mein Papa erzählt mir eine Gute-Nacht-Geschichte. Boah, das habe ich bewirkt. Und da wurde mir echt warm ins Herz. Da habe ich gesagt, davon will ich mehr haben. Das ist geil. Das ist geil.